Hallo liebe Handballfreunde und herzlich willkommen in der Sporthalle Leetzen zu einer neuen Sendung von Sport in Schmerin, wo wir uns heute die E-Jugend im Männlich angucken. Die SG Banskulezen 1 trifft hier auf die Vertretung der TSG Wismar. Die SG Banskulezen 1 trifft hier auf die Vertretung der TSG Wismar. 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. Applaus 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 Fingernaud Strikak ığıütt Das ist der Klinik der Freizeitfahne. Kiel, Kiel! Applaus Vielen Dank. 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 Bye. Bye. ... 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